Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mit Spaß ins Wochenende Oha Für mich geht es hier rein Braucht das einer von euch? So viele sind jetzt nicht mehr drin Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren Der Feind springt über dem Gebiet ab Auf den Himmel achten Da war doch einer Ja Ja, Kopfgeld geht auch. Ja, Kopfgeld geht auch. So, ist hier keiner. Gut. Ah, eine Kiste. Ich sehe, ihr bist jetzt keine Gegner. Da hinten fährt jemand. Geld. Oh, ja. Schall gedämpft ist immer gern gesehen. Da ist ein Shop. Stopp. Oh, ja. Oh. Ziele nicht erreicht Und die Gasmaske Wo? Achtung, Drohntreibstoff wird knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Haha War das der jetzt gewesen? Oder war es ein anderer? So langsam muss ich mich auf ins Ziel machen. Da ist die Truhe. Da habe ich schon wieder dieses Gewehr. Da habe ich schon wieder gedreht. Oh, der ist hier. Ja. Ja. Aber erst mal. Wie heißt das? Wie heißt das? Da drüben ist er. Ziel aktualisiert. Diese Position sichern. Wie weit ist er? Oh. Heißt, ich brauche eigentlich ein Auto. Sehr weit weg. Sehr weit weg. Sehr weit weg. Verdammt. Verdammt. Er hat aber ein Zwei. Willkommen im Gulag. Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit. Den anderen habe ich gar nicht gesehen. Du bist dran, Kumpel. Mach dich bereit. Wenn du diesen Kampf gewinnst, kehrst du zurück an die Front. Aber wenn du verlierst, warst das denn. Du bist dran, Soldat. Wo der Hammer hängt. Verdammt. Du wurdest übel zugerichtet. Zurück zur Basis. Das war ein Hammer. Zurück zur Basis für die anderen Sprechung. Ab ins nächste Match. So, nächstes Match. Nächstes Glück. Oh. Das ist mit... Wo ich hin will, ist hier. Zu den Hügeln. Und das ist ein langer Weg zum Gleiten. Das Gas meiden. Schnell in die Sicherheitszone. Näh, 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 näh. Hm, der will da auch hin. Da unten wird sich doch bekriegt. Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren. Oh, danke für die Drohne. Fordere Aufklärung an. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Achtung, Drohnen Treibstoff ist genannt. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Haha. Wooh! Vielen Dank. Das war ein Katze-Maus-Spiel bis jetzt. Das war ein Katze-Maus-Spiel. Wir nehmen dich zurück zur Basis. Diese Runde ging an den Feind, aber wir kommen wieder... Wie kann man so schnell schießen? Wahrscheinlich ein Gezähl-Spieler. Okay, aber ich würde sagen, das war eine weitere Folge von Mit Spaß ins Wochenende.